Wir haben hier ein System mitgebracht, das ein IoT-Device ist, das jetzt die Datenabgreifen von Schraubverbindungen ermöglicht und zusätzlich auch eine Intelligenz auf die Schraube bringt. Das bedeutet, wir können jetzt hier unseren Kunden nicht nur ein IoT-Device, das Internet of Dinge, sondern auch ein Internet of Service anbieten. Bei sowas einfachen wir eigentlich Schraubverbindungen. Das Neuartige ist daran, dass wir hier verschiedene Technologien so intelligent kombinieren. Angefangen bei einer energiesparsamen, präzisen Sensorschicht über ein energiesparsames Funkprotokoll und verschiedenen Energy-Harvesting-Möglichkeiten, was uns dann befähigt dazu, komplett energieautark dieses System anbieten zu können. Die drei größten Vorteile in diesem Schraubverbindungssystem sind, dass wir DIN-Schrauben einsetzen können, dass wir energieautark funken können und dass es überall nachrüstbar ist. dann Untertitelung des ZDF, 2020